Willkommen liebe Freunde von Modellpilot.eu. Zum heutigen Abschluss der Aktion helft Clara. Clara, unsere kleine süße Motte, die hat wirklich schon nach den ersten Anwendungen kleine, aber sehr beachtliche Fortschritte gemacht. Maik und Marie werden gleich noch darüber berichten im Anschluss. Aber erstmal im Vorfeld, lieben, lieben Dank, wir haben 144 Zuwendungen erhalten über PayPal sowie auch auf die Diba-Bank. Und das geht alles Clara direkt in die Anwendung hinein und das eins zu eins. Und wir freuen uns riesig, dass so viele da mitgemacht haben und wir sind auch sehr gerührt über die Anteilnahme und der sofortigen Zuwendungsfreudigkeit. Und wir lesen jetzt die Namen vor, die dort, ja, denen wir wirklich einen Dank schulden, auch die ganze Gemeinschaft hat das toll aufgenommen. Also, fangen wir an. Hannelore und Axel Pfannmüller von Axel Scale Pilots, Mike Hütting, Ralf Engmann, Dennis Schneider, Ralf Engel, Martin Brunnengräber, Michael Dabo, Thomas Kral, Thomas Morgenstern, Edmund Bohrer, Rolf Dormann, Judith Rezo, Stephanie Rühle, Siegfried Fiemann, Konstantin Eich, Dorothea Eich, Marc Wagenknecht, Achim und Traudel Engelke, die Belegschaft von Powerbox Systems, Richard Deutsch und Emmerich Deutsch, Dan Bott aus Amerika von der Academy of Model Aeronautics Foundation, also Judy und Dan Bott von der AMA, Dann Manfred Klier, Jürgen Scholz von Multiplex, Erich Flessner, Manfred Rosso, Jasmin Rosenauer, Stefan Kruschwitz, Olaf Blüth, Regina und Werner Rudolf, sowie auch der Opa von der Clara, der Thomas Rudolf, Wolfgang Grotha, Erich Flessner, Jörg Wagner, Thomas Weimar, Mike Jordan, Karl-Heinz List, Ulrich Haupt, Josef Pötzl, René Kreienbring, Walter Spannnagel, Josef Müller, Christian Marxer, Ronald Fischer-Jene, Erich Pöttmann, Wolfgang Zimmermann, Thorsten Rauber, Frau Kumbikow, unsere Aufwartung hier bei Modellpilot.eu, Jörg Vetter, vom Design Store Martin Nowak, Michael Robran, Alexander Raschke, Monika Weikert, John Feuerer, Georg Johann Wissner, Dietmar Fidelius, Thorsten Rauber, Klaus Philipp, Harald Lichtenegger, Robin Trum, Andreas Thiemann, Josef Koberl. Weiter. Lukas Ernst, Karl-Heinz Müller, Matthias Mollenkopf, Dominik Rappenegger, Peter Bröckerhoff, Jörg Reimann, Frank Wilde, Andreas Rengsel, Christoph Meindel, Gitte und Franz Leinauer, Uwe Nesen, Robert Deutschmann, Andreas Siegel, Ulrich Trautwein, Ulf Mordau, René Bayrich, Oliver Heidenreich, Andreas Schlimmbach, Bernd Petzold, Marco Kuziak, Rolf Schwarz, Alexander Seele, Jens Liebig, Norman Burger, Holger Seidel, Frank Kleiner, Walter Wiesmann, Bernd Sommerfeld, Daniel Korfmann, Ulrich Helfrich, Frank Urban, Peter Klimt, Markus Maurer, Bernd Heindel, Paritech, Susanne und Uwe Riem, Dieter Wörner, Wollen, Dick, Dirk, Thomas Tassio, Mr. Berg, Gabriel, Birgit und Helmut Kröll von der Tannenalm, Daniel Leski, Andreas Fusseder, Rieck, Susan Höstmann, Thomas und Annette, Jörg Lucht, Schwarzbild Medien, Elmar Stege und Florian Lauke und der FSV Siewisch. Und, geht weiter, Bernd, Hermann, Karl Gieseler, Peter Schneider, Markus Nicole, Helmut und Rosemarie Hochscherf, Alp Schröter, Hans Georg und Irmgard Sistig, Matthias Ringel, Frank Donath, Margit Donath, Thomas Navrat, Johann Hartung, Brigitte Eich, dann John Rochefrohr und Ulrike Freischlager, Robert Richter von Airfly, Uwe Wedler, Mucke Schmeick, Monika Skrade, Conny Kremlowski, Kerstin Sokol, Annette Moog, Karin Mainz, Paul Lutz Bräulich, Paul Wieten, ja, Paul Wieten war jetzt die letzte Zuwendung, ja. Und es sind insgesamt 144 Zuwendungen, davon noch viele Anonyme, die wir jetzt natürlich nicht vorlesen konnten. Und insgesamt sind 7.669 Euro zusammengekommen für die Klara und wir bedanken uns recht herzlich und ihr könnt auch, wenn ihr wollt, weitermachen, die Konten sind da offen und wir freuen uns sehr für diesen Erfolg für Klara. Und Dankeschön, Sabine, dass du so viele Leute angerufen hast, die auch noch da noch was dazu gesetzt haben. Danke auch an diesen Gesprächen, die wir dann auch gehabt haben, dass ihr auch so spontan die Zuwendungen dann ausgelöst habt. Danke an alle, die im Internet uns verfolgt haben. Diese Sache ist geteilt worden, es hat einen großen Anklang gefunden. Lieben, lieben, lieben Dank an die Gemeinschaft der Fliegenden, sowie auch Näherstehenden der Familie Albrecht mit dem kleinen Schicksal von Klara, was wir ein bisschen mit der Zuwendung erleichtern können. Also in dem Sinne, Modellfliegen ist spitze, Klara ist auch spitze. Ciao. Hallo, Gemeinschaft der Modellflieger und auch an viele Freunde, die uns bei dieser Aktion sehr erstaunt haben mit ihrer Unterstützung. Das hat uns doch manchmal den Atem verschlagen, als ich dort Namen gelesen habe, mit denen ich schon sehr, sehr lange keine Kommunikation mehr geführt habe und die uns dort doch unterstützen, in unserem Vorhaben Klara eine sichere Zukunft zu gewährleisten. Wir bedanken uns ganz, ganz herzlich für diese Aktion. Wir sind sehr, sehr, sehr emotional angetan von dieser Aktion, dass ihr uns dort so unterstützt und Klara wird es euch irgendwann selber danken können. Und darauf hoffen wir, darauf bauen wir. Und Klara macht schon erste Fortschritte. Sie kann ihre Beine besser verwenden als je zuvor. Das heißt, sie macht Stehversuche und in der Kommunikation ist Klara weit vorangekommen. Sie kann mit uns in Form von Bildern sprechen. Und das ist eine ganz tolle Sache und das werden wir auf jeden Fall weiterverfolgen. Also besonders hat uns erstaunt, mit welcher Anteilnahme und mit welchen Glückwünschen Einzelne von euch gewisse Reime und Verse geschrieben haben. Das hat doch dazu geführt, dass die eine oder andere Träne gerollt ist und wir dagegen nichts tun konnten. Und das war sehr lieb und sehr nett und auch dafür recht herzlichen Dank. Wir möchten uns also recht herzlich bedanken für diese große Anteilnahme. Und ja, Dankeschön. Schönhalten. Super machst du das. Ganz toll machst du das, Klara. Bist du eine schöne Molly Maus? Ja. Ich will die kleine Hexe machen. Morgens früh um sechs kommt die... Kleine Hexe. Super. Morgens früh um sieben schafft sie... Gelbe Füße. Super. Pause. Morgens früh um acht. Morgens früh um acht. Gibt ihr? Kaffee gemacht. Super. 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 Morgens früh um sieben schafft sie. Challenge. 5-6-6-6-7-8-20-10-10-10-10. Und dann schafft sie das. Morgens früh um sieben. Däuze. Morgens früh um sieben. Und dann schafft sie zu über Sega. Und dann sch Hashem zu sein. Dag. Däuze. Okey. Däuze. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018